Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fitnessunternehmer-Podcasts. Heute geht es um das Thema Social Media und wie man es für sich nutzt, um maximale Sichtbarkeit in seinem Markt zu erreichen. Viel Spaß dabei! Social Media. Es gibt inzwischen so wahnsinnig viele Informationen. Man könnte fast meinen, es ist ein Dschungel an Informationen, so dass ich ziemlich gut nachvollziehen kann, wenn man als Fitnessunternehmer, dessen Hauptbusiness es nun mal nicht ist, Social Media zu machen, sich fragt, was ist jetzt eigentlich die wirklich effektivste Strategie und was sollen wir denn jetzt eigentlich veröffentlichen und welche Contents sind denn sinnvoll? Und wir sprechen jetzt über Social Media, also organisch. Social Media bedeutet bei Instagram oder bei Facebook Dinge zu veröffentlichen, nicht bezahlt über Werbeanzeigen, sondern wirklich in der Timeline oder Story und dazu vielleicht auch ein paar allgemeine Infos. Also es gibt inzwischen verschiedene Plattformen, auf denen man posten kann. Auch das sind inzwischen deutlich mehr als früher. Facebook, Instagram, viele Betreiber fragen sich auch, soll ich jetzt auch noch TikTok machen? Und das hängt stark von deiner Zielgruppe ab. Was ich dir für meine Zielgruppe sagen kann, TikTok, das ist etwas, da sind vermehrt wirklich sehr junge Nutzer. Das heißt, wenn du Qualitätsanbieter bist und ein Durchschnittsalter jenseits der 30, 35 hast, macht das für dich zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig Sinn. Bei einer jungen Zielgruppe sieht es hingegen schon wieder anders aus. Und TikTok, das ist eben auch reiner Videocontent. Das bedeutet, dort kannst du ausschließlich Videos veröffentlichen. Das heißt, auch da musst du dir überlegen, hast du die Infrastruktur dazu, passt das so? Also das heißt, wir sehen, die Zielgruppe, die spielt schon eine entscheidende Rolle. Und jetzt kommt, wenn wir uns konzentrieren als Qualitätsanbieter auf die zwei wichtigsten Plattformen, das ist Meta. Wir sprechen von Facebook und Instagram. Seit der Pandemie haben wir auf Instagram deutlich mehr Nutzer. Vor allem auch Babyboomer sind da dazugekommen. Das bedeutet, wenn du Qualitätsanbieter bist, dann triffst du dort die richtige Zielgruppe. Jetzt aber die Frage, da gibt es ja unterschiedlichste Formate. Also soll ich jetzt sogenannte Stories machen? Also das, was man nur 24 Stunden sehen kann, was man sehen kann, wenn man aufs Profilbild klickt. Oder soll ich jetzt Bilder posten mit ein bisschen Texte zu? Oder geht eigentlich ohne Video gar nichts mehr? Und wenn ich mich dann schon entschieden habe, welches Format ich drehen will, also ob ich ein Video machen will, Bilder oder ob ich das in der Story oder in der Timeline machen will, also Timeline ist das, was stehen bleibt, was man so runterscrollen kann, dann muss ich mir immer noch die Frage stellen, was poste ich denn? Also poste ich jetzt Rezepte oder Übungen aus dem Studio oder zeige ich ein bisschen was von meinem Kursalltag? Und da gibt es ein paar Infos, die ich dir auf jeden Fall mitgeben will. Grundsätzlich gilt, du musst dir zuallererst überlegen, wenn es darum geht, welchen Content du spielen willst, welches Ziel verfolgst du eigentlich? Ich habe so das Gefühl, dass viele Unternehmer wirklich nur das eine Ziel verfolgen, ihre Mitglieder zu informieren. Also da wird doch tatsächlich gepostet, wenn jemand das Unternehmen verlässt zum Beispiel oder wenn, keine Ahnung, irgendwelche Übungen fortgeschritten, also wie mache ich korrekt die Beinpresse zum Beispiel. Und ich überlege mir immer, wenn da Kurse ausfallen oder wenn irgendwas Neues, wenn es irgendwas Neues gibt, ist wirklich Social Media der Kanal, auf dem ich meine Mitglieder informieren will? Oder habe ich da vielleicht andere Möglichkeiten über meinen Newsletter zum Beispiel oder auch im Club? Vielleicht kann ich sogar E-Mails verschicken, WhatsApp verschicken über meine Studiosoftware. Also gibt es da nicht effektivere Kanäle? Ich habe mich schon relativ früh dafür entschieden, diese Social Media Kanäle zu nutzen, um Leads zu generieren und vor allem für Interessierte auch ansprechbar zu sein. Das heißt, ich poste für beide. Also ich poste für Mitglieder und für Nicht-Mitglieder, aber ich nutze den Kanal nicht als reinen Informationskanal für meine Mitglieder. Das macht für mich wenig Sinn. Das heißt, was ich nicht poste, sind Dinge, die nur meine Mitglieder angehen. Also wenn jemand das Unternehmen zum Beispiel verlässt, wenn ein Kurs ausfällt, all diese Dinge poste ich aus dem Studio nicht. Aber was ist denn dann mein Ziel, wenn es um Lead-Generierung geht? Wie schaffe ich das über organisch, also nur über Reichweite? Naja, dazu muss ich mich irgendwie fragen, was will denn mein Traumkunde eigentlich sehen? Was würde die denn interessieren? Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Übungen aus dem Studio zeigen. Also ich finde es teilweise wirklich furchtbar. In den Studios werden dann irgendwelche Azubis gezwungen, irgendwie zu zeigen, wie die Beinpresse richtig funktioniert oder Knie beugen. Und das Einzige, was der Interessierte, der draußen drauf guckt, ja sieht, ist, naja gut, die zeigen einem die Übungen übers Internet. Also was will ich damit für eine Botschaft senden? Ganz sicher nicht, dass ich dort individuell betreut werde und dass ich mir gar keine Sorgen machen muss darum, wie so eine Übung ausgeführt wird, sondern die bringen mir das bei Facebook bei. Okay, das ist also für einen Qualitätsanbieter furchtbar. Also falls du Qualitätsanbieter bist, ist meine Empfehlung ganz klar, zeige keine Übungen. Außer es sind Tipps und Übungen für zu Hause. Also das heißt, du möchtest den Interessierten, die zu deiner Community gehören und vielleicht bald hoffentlich potenzielle Neukunden sind, einen Tipp geben, um ihr Leben zu verbessern. Und jetzt kommen wir schon zum eigentlichen Punkt. Und das ist es, was deine Traumkunden haben wollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit von Kunden zu bekommen. Wir sehen das bei TikTok und auch bei Influencern. Comedy-Videos sind natürlich mega im Kommen. Und wenn du selber bei Social Media ab und zu unterwegs bist, geht es dir vielleicht auch so, dass du dann so witzige Sachen anguckst. Oder es gibt ja dieses Gerücht, dass Frauen ganz gerne Katzenvideos gucken und auch die extreme Reichweite generieren. Also es geht um Unterhaltung. Die Frage ist nur, jetzt nehmen wir mal an, du bist Fitnessstudio-Betreiber und postest ein Katzenvideo. Kann man schon machen. Die Frage ist, welche Zielgruppe sprichst du damit an und wer wird dir dann auf deinem Kanal folgen? Und du könntest als Fitnessstudio eine völlig falsche Zielgruppe bei Facebook anziehen. Das würde wirklich funktionieren. Also deswegen sage ich, du brauchst Content oder die Entscheidung, welchen Content du postest, hängt davon ab, was dein Kunde sehen will und welchen Kunden du auch gerne haben möchtest. Und deswegen nur Comedy und nur witzig sein, das ist definitiv nicht die Lösung. Was du eigentlich brauchst, ist, du brauchst Infos über deine Zielgruppe. Wenn du meinen YouTube-Kanal anschaust, dann geht es immer wieder darum, wer seine Kunden versteht, der hat es drauf. Also der kann Umsatz machen, wachsen, der versteht Marketing. Da funktionieren diese ganzen Sachen. Und auch hier ist es wieder so, wenn ich weiß, wer meine Traumkunden sind, was die für Probleme haben, dann kann ich mit Social Media dafür sorgen, dass sie mich wahrnehmen. Also ich kann ihre Probleme ansprechen. Und genau darum geht es mir, wenn wir Social Media richtig machen. Wir posten Inhalte, Videos und Bilder mit Text, die unseren Kunden dabei helfen, ein gesünderes Leben zu leben. Das ist das, was wir tun. Und dann posten wir zweimal in der Woche einen Blog oder einen Tipp, den wir in der Timeline lassen. Und ansonsten sind wir täglich mehrfach in unseren Storys am Start und zeigen dort natürlich auch mal Themen wie Dinge aus dem Studio zum Beispiel, um Vertrauen aufzubauen. Aber wenn ich was aus dem Studio aufzeige, dann ganz sicher nicht irgendwelche Kunden, die gerade einen Mega-Bauchkurs machen, wo man schon halber sieht, wie despektierlich, also jetzt kann man sich das ja vorstellen, wie jemand aussieht, der gerade Bauchcrunches macht irgendwie. Das wissen wir ja alle. Und wenn das dann noch von oben nach unten gefilmt wird, dann denken sich die Frauen nur die Interessenten, die da irgendwie gerade am Handy sitzen, so um Gottes Willen. Da liege ich dann irgendwo auf den Boden und werde dann womöglich noch gefilmt. Also wie viele Kunden schrecke ich damit ganz aktiv ab? Und ich muss mir auch überlegen, wenn ich Rezepte poste, also ist es wirklich das, was deine Kunden jetzt brauchen, wo du Lösungsanbieter bist? Oder gibt es das auf zigtausend anderen Plattformen auf diesem Planeten einfach viel geiler und besser, als wie du das machen kannst? Aber was würde denn helfen? Naja, es sind diese Tipps, die eben das Leben leichter machen. Da kann es um das Abnehmen gehen. Da hilft den Kunden, Probleme zu lösen. Da kann es um Rückenschmerzen gehen, je nachdem, welche Lösungen du bei dir im Studio anbietest. Und der zweite Inhalt, der immer gut kommt, sind natürlich Testimonials. Also Kunden, die von ihren Erfahrungen berichten, authentischerweise, und erzählen, wie gut und toll es bei dir ist, das ist viel besser, als würdest du es selber tun. Und denk auch immer dran, mach nicht allzu viel Werbung organisch, denn das interessiert die Leute halt auch wirklich nur bedingt und interessiert nur den ganz kleinen Teil, der irgendwie wirklich Bock hat, jetzt bei dir anzufangen. Das ist aber nur ein kleiner Teil und der wird immer weniger, wenn du nur das machst. Also das heißt, du brauchst Inhalte, die wirklich motivierend sind, die die Probleme der Kunden ansprechen. Und du musst dir auch immer überlegen, was sind Lösungen? Also wahrscheinlich hat keiner Bock, irgendwie jetzt ein 15-Seiten- oder ein 15-Minuten-Video von dir zu hören, wie das perfekte Dreisatz-Training funktioniert. Keine Ahnung. Also das sind so Sachen, da sind die Kunden noch nicht. Und das löst wahrscheinlich auch nicht deren erstes Problem. Also wer richtig Content bei Social Media machen will, der braucht eine Strategie. Und der muss die Kunden zuallererst, die Kunden, die noch nicht so lange dabei sind, die dich noch nicht so gut kennen, der muss die beim Problembewusstsein abholen. Also wie kann ich am besten abnehmen? Was ist mit dem Thema Rücken? Und welche Lösungen biete ich an, die mein Wettbewerb nicht anbietet? Das ist das, was cool verpackt auf Social Media gehören sollte. Und das natürlich in Form von Videos oder auch in Form von Bildern. Und vielleicht hast du jetzt gerade so das Gefühl, so verrückt. Wie soll ich, also Tipps und so, wie soll ich mir das alles aus den Fingern saugen? Mache ich da jeden Tag, dann bin ich da dann jeden Tag irgendwie eine Stunde Social Media Creator. Mein Tipp, komm zu unserem kostenfreien Online-Seminar. Das ist am 23.08. um 11 Uhr. Das ist ein Mittwoch. Komm zu diesem Online-Seminar und schau dir unsere Social Media Mastery an. Denn es ist gar nicht so viel Aufwand. Du hast diese Contents, du kannst viel davon wiederverwenden. Wir zeigen dir, wie du Zeit sparst und trotzdem maximale Sichtbarkeit bei deinen Traumkunden gewinnen kannst. Und wie man seine Traumkunden findet und was die für Contents gerne hätten, alles das zeigen wir dir in unserem Webinar. Also sei unbedingt dabei. Es ist kostenfrei. Auf unserer Homepage oder im Link hier unten kannst du dich anmelden. Und übrigens, falls dir meine Podcasts gefallen, freue ich mich sehr, wenn du den Haken, die Klingel, auf welchem Kanal du auch immer mich hörst, einmal aktivierst, damit du informiert bleibst. Über alles. Viel Erfolg!